Kapitel 13 Auf der Suche Mama, Seraora, Monagoras! Die drei angesprochenen Pokémon brachen sofort ab, was sie gerade taten. Ein Trainingskampf zwischen Monagoras und Epsilon. Als Aurora in die Ebene gestürmt kam, in welcher sie trainierten. Was gibt's? Wir trainieren gerade. Wenn es nicht so wichtig ist, will ich's gerne warten lassen. Es ist aber wichtig. Dacra hat eine Versammlung einberufen. Dacra? Ist das nicht eigentlich Elementaras Job? Außerdem haben wir dafür Lautsprecher. Es sollen nur die Beteiligten erfahren, dass diese Versammlung überhaupt existiert. Und Dacra organisiert sie, weil? Kommt einfach mit, erfahrt es schon. Nicht gewillt zu widersprechen, folgte das Trio Team Slashs nun der Kriegerin. Treffpunkt war ausnahmsweise dieses Mal offensichtlich nicht die Gemeinschaftsebene. Stattdessen quetschten sich alle Betroffenen in Elementaras Büro. Auch hier war der Gedanke scheinbar, dass die Existenz dieser Versammlung nicht nach außen hin preisgegeben werden sollte. Im Büro angekommen, war Kel bereits anwesend. Zusammen mit der Gesamtheit Nordikas. Oder, naja, fast die Gesamtheit Nordikas. Die Leiterin des Teams und der Liga fehlte jedoch. Endlich seid ihr da. Was braucht ihr so lange? Es ist eilig. Wir sind so schnell gekommen, wie es ging, Dacra. Wir können auch erst auftauchen, sobald wir wissen, dass wir es sollen. Warum rufst du uns überhaupt und nicht Elementara? Sie ist verschwunden. Ich konnte sie schon den ganzen Tag nicht finden und auch sonst scheint niemand in der Liga sie gesehen zu haben. Deswegen gibt es auch überhaupt eine Versammlung. Wir müssen sie finden. Also, ich will dir nicht zu nahe treten oder so, aber Elementara ist eine erwachsene Frau. Noch dazu eine, die immer viel um die Ohren hat. Sie wird sich zurückgezogen haben, um etwas auszuspannen. Wenn sie morgen noch nicht zurück wäre, würde ich deine Sorgen verstehen, aber so… Du kennst Elementara kaum. Anders als ich. Einerseits ist sie nicht das Pokémon, das sich einfach mal so einen Tag freinimmt. Aber vor allem ist sie kein Pokémon, das wortlos verschwindet. Nicht einmal ein Zettel hat sie hinterlassen, der besagt, dass sie weggehen würde. Ich spüre es genau. Hier ist etwas faul. Nein, mehr als nur das. Wir müssen sie suchen, Epsilon. Wir müssen. Also, naja, wenn du meinst, verweigere ich keine Hilfe. Aber ich bin nicht verantwortlich, wenn sie angepisst ist, weil du so eine Aktion hier startest. Wenn wir sie wirklich wohlbehalten finden, dann nehme ich das gerne auf mich. Also, sind alle Anwesenden dabei. Die Stimmen halten durcheinander. Worte waren nicht verständlich, aber dass niemand ging, reichte als Antwort. Alles klar. Also, Planung. Florian Kanimania bleibt im Turm. Sucht, ob sie vielleicht doch irgendwo hier ist. Und falls nicht, wartet, falls sie wiederkehrt. Aurora Kel, kümmert ihr euch um die Stadt. Durchsucht Kiratown und fragt nach Spuren. Latias Latios, ihr kümmert euch um Crowning. Dort könnte sie auch sein. Falls nicht, übernehmt ihr noch den südwestlichen Abschnitt im Umkreis. Seraora Monagoras, ihr übernehmt die Region südöstlich bis inklusive den nächsten Dörfern. Epsilon, du bleibst übrig. Du begleitest mich. Wir kümmern uns um den Norden, spezifisch Wald und Strand. Gibt es Einspruch oder können wir abreisen? Einspruch folgte nicht. Nur zweier Gruppen, die sich langsam aufmachten, bis nur noch Dark Reifer blieb. Und natürlich Epsilon, die ihn begleiten sollte. Also gut, dann gehen wir auch. Zuerst Richtung Polarsee. Ich würde sagen, wir teilen uns am Wald auf. Du nimmst den westlichen Waldweg, ich den östlichen. Wenn sich die Wege am See treffen, treffen wir uns auch und gehen nach Norden an die Küste. Es sei denn natürlich, wir werden vorher fündig. Wenn du damit Probleme hast, kannst du sie gerne für dich behalten. Keine Sorge, aus dem Fakt, dass ich die Aktion für grundlegend sinnlos halte, habe ich keine Einwände. Hierüber hatte Dark Reif nichts zu sagen. Zumindest nichts, was er nicht besser für sich behalten sollte. Stattdessen machte sich das Duo also als letztes auch auf. Bei Einbruch der Nacht würden sich alle Pokémon erneut treffen, um so ihre Funde mitzuteilen, insofern es diese gab. Epsilon war beinahe unsicher, ob sie überhaupt auf diese hoffen sollte. Einfach, dass Dark Reif stressen würde, wenn sie nichts finden würden und er ihr schon zu oft dumm gekommen war, als dass sie ihm das nicht gönnen würde. Allerdings würde er dann auch aufhören, auf so eine Suche zu bestehen und am Ende würde er ohne Fund sonst noch einen zweiten Tag der Suche ausrichten. Und das konnte ihr Plan nicht gebrauchen, denn es wäre Zeitverschwendung. Nun, die Reise des Duos endete jedoch schon bald, nämlich auf dem Hauptplatz Kiratowns. Denn ab hier sollte es nicht als Duo weitergehen. Aurora und Kel warteten bereits. Was stellt ihr hier so tatenlos rum, ihr zwei? Los, ihr habt einen Job. Unser Job ist schon erfüllt, Dark Reif. Einer der Ladeninhaber hat Elementara letzte Nacht gesehen. Sie ist scheinbar nach Norden gereist und er hat sie nicht zurückkehren sehen. Wir haben hier gewartet, weil ihr ja nach Norden wolltet. Es ist sinnvoller, wenn wir euch da begleiten, denke ich, im Wissen, dass wir dort am ehesten fündig werden. Ihr habt eine Spur und sie führt zum Wald. Worauf warten wir dann? Los, kommt mit, Polanavatra. Wir planen um Epsilon. Beziehungsweise tun wir nicht. Du übernimmst den Pfad östlich, ich westlich. Polanavatra nehmt den schnellsten Weg zum See und sucht den nördlichen Abschnitt des Waldes ab. Wenn ihr fertig seid, geht ihr an die Küste und wartet dort. Ab dort suchen wir gemeinsam. Alles klar, wenn jemand fündig wird, wie verständigen wir uns denn dann? Rufen und wenn es keiner hört, warten. Eilig haben wir es hoffentlich nicht, wenn wir sie gefunden haben. Nun, mit neuem Plan und sicherem Ziel, machten sich die vier Pokémon auf zum Wald. Durch die Worte Auroras wirkte es nun deutlich wahrscheinlicher, hier fündig zu werden. Doch gleichzeitig war es nicht sicher. Elementara könnte weit gewandert sein. Weit an der Küste entlang, bis in den fernen Osten. Nur stellte sich eine große Frage. Warum sollte sie das? Aber warum sollte sie allgemein auch ohne Spuren verschwinden? Epsilon lief ihren Pfad ruhig ab. Sie achtete nicht wirklich auf ihre Umgebung. Verpassen könnte sie Elementara ohnehin schlecht. Stattdessen hatte sie einen Moment des ruhigen Waldspaziergangs, um ihre Gedanken streifen zu lassen. Ihr Plan auf dem Vulkan war bereits in Fahrt gekommen. Nun standen weitere Schritte an. Vielleicht die riskantesten. Wenn sie jetzt einen falschen Schritt tat, könnte sie Kel dann je wieder auf ihre Seite ziehen. Aber gleichzeitig musste sie Misstrauen kreieren, damit der Plotkaiser ihr trauen könnte. Warum musste es nur so schwer sein, auf zwei Seiten gleichzeitig zu stehen? Plotkaiser und Polanavatra. Polanavatra und Plotkaiser. Könnten Aurora und Kel sich nicht auch einfach dem Kaiser anschließen? Polars Ruf folgen. Epsilon hätte dann einen deutlich leichteren Job. Aber gleichzeitig... Irgendwo fehlte doch auch der Spaß am Abenteuer, wenn es zu einfach war. Wer ihr auch ein paar Gedanken machte, war Darkrai. Sie hatte nicht wirklich den Eindruck, dass der Schatten ihr allzu sehr vertraute. Zudem... Zwar konnte sie es sich nicht vorstellen, doch... Warum sollte Seraora lügen? Er behauptete felsenfest, dass Darkrai in dieser Welt so etwas wie ein übermächtiger Krieger wäre. Die Elementara Epsilons alter Heimat im Prinzip. Wenn dies korrekt war, dann wollte sie doch wirklich nicht, dass dieses Mon ihr nicht traute. Sie brauchte ihn zwar nicht zwingend, anders als Kel, dessen Feindschaft endlosen Tod bedeuten könnte. Aber hilfreich wäre es trotzdem, mit ihm im Guten zu stehen. Aber am Ende des Tages könnte ein Fund ihn auch davon abhalten, mit irgendwem noch im Guten stehen zu wollen. Beinahe wie auf ein Stichwort schreckte Epsilon auf. Sie war inzwischen am See angekommen, Darkrai ebenfalls bereits hier, als ein Schrei durch den Wald halte. Aurora. Keine Sekunde verging, bevor beide Pokémon losrannten. Dorthin, wo der Schrei herkam. Die Richtung war eindeutig gewesen. Norden. Scheinbar bereits ein ganzes Stück entfernt. Kam es von der Küste? Vermutlich. Es war eine Frage, welche Darkrai bald beantwortet haben sollte. Als er und Epsilon beide den Rand des Waldes und somit die Klippe erreichten. Und was sie hier vorfanden. Das wissen jene, die sich bereits anhörten, was die vorige Nacht mit sich brachte. Das Gras war getaucht in blutrote Farbe. Ein schauriger Anblick schmückte die sonst wunderschönen Weiten. Inmitten des Rasens lag ein regungsloser Körper. Sichtlich ohne Leben. Geschunden und bezwungen. Aurora war bereits hier. Sie stand regungs- und fassungslos direkt vor der Leiche. Und schien ihre Umgebung nicht einmal mehr wahrzunehmen. Kel wirkte etwas gefasster. Wenn auch wirklich nur etwas. Sein Fokus schien vor allem darauf zu liegen, seine Teampartnerin etwas zu beruhigen. Darkrai. Sein Anblick verriet nichts über seine Gefühlslage. Doch es war kein Geheimnis, was er gerade denken mochte. Langsam näherte auch er sich Elementara. Sein Blick still. Seine Bewegungen ohne Emotion. Vorsichtig wich Aurora ein Stück zurück, als Darkrai sein Ziel erreichte. Vorsichtig legte er seine Hand an die Wange der Verstorbenen. Betrachtete das Pokémon zu seinen Füßen. Als würde er sicher gehen wollen, dass es wirklich zu spät war. Was anschließend jedoch geschah. Rotes Licht schien Darkrai zu umgeben. Ein blutrotes Langschwert erschien in seiner Hand, welches sofort in den Boden neben Elementara einschlug und stecken blieb. Wer? Wer? Wer wagt es? Wer wagt es? Welches Pokémon? Welches Monster trägt die Schuld hier ran? Der Schatten wandte sich um, blickte zu Polana Batra und Epsilon. Hiermit offenbarte er, dass eines seiner Augen ebenfalls rot glühte, während das andere seinen blauen Farbton beibehielt. Ich wusste es. Ich hätte es wissen müssen. Etwas war faul. Ich hatte es gespürt. Der letzte Abend. Die letzte Nacht. Ich hatte es gespürt. Gesehen. Der blutrote Mond. Die Wellen des Blutmeeres vor meinen Augen. Die Fehler, welche diese Welt durchtränken würden. Aber ich habe zu wenig gesehen. Zu wenig gehandelt. Wer auch immer verantwortlich ist, welches Pokémon hier hinter steckt. Wir werden es finden. Und es wird bezahlen. Zum ersten Mal seit der Ankunft an diesem Ort schien Aurora ihre Stimme zu finden, welche erfüllt war von purem Zorn. Was genau hier geschehen war, war ein Geheimnis. Doch sie alle waren fest entschlossen es zu lüften. Geht. Aurora. Kel Epsilon. Kehrt zurück zur Liga. Wartet bis die anderen alle da sind. Wir haben viel zu bereden und ich weiß nicht wann ich zurück sein werde. Zuerst muss ich sicher gehen. Das Elementare eine Ruhestätte findet, welche ihr würdig ist. Und nicht das, was ein Ehrer ihr angetan hat. Aurora schien nicht einverstanden. Doch Darkrai stoppte jeden Einspruch, bevor er kommen konnte. Nein. Das hier ist meine Aufgabe. Lass es die letzte Ära sein, die ich ihr erbringen kann. Ihr werdet erfahren, wo das Grab sein wird. Damit du sie auch wahrlich verabschieden kannst. Aber lass es mich errichten. Ihr werdet in der Liga gebraucht. Nun. Ohne ihr beiden geht nach Hause und erholt euch. Aurora Kel. Epsilon ist offensichtlich nicht so getroffen wie ihr. Und kann genauso gut den Rest alleine aufklären. Nein. Wir gehen mit. Aber was sollen wir den anderen sagen, wenn du nicht vor ihm zurück bist? Die Wahrheit. Und dann fordert sie zum Warten auf. Wir werden uns heute noch erneut versammeln. Wir müssen Schritte einleiten. Für die Zukunft der Liga. Team Nordikas. Und für Rache. Jede Stunde Freiheit, die wir dem Mörder lassen, ist dahinter zu viel. Ich werde die Zeit bis dahin nutzen, um mir auch zu überlegen, wie es nun weitergehen wird. Aber bis dahin brauche ich eure Hilfe, um die Lage zu erklären. Kann ich auf euch zählen? Epsilon kam nicht einmal dazu, die Frage zu bejahen. Da Polarnava drei keine Sekunde zögerten, um dies selber mit größtem Enthusiasmus zu tun. Aber versuche so bald wie möglich wiederzukehren. Du sagtest selber, jede Stunde die wir verschwenden ist eine zu viel. Ich werde mir so viel Zeit nehmen wie nötig. Aber so wenig wie möglich. Und nun auf. Lasst mir... Lasst mir etwas Zeit. Etwas Ruhe. Wir sehen uns später wieder. Und dann beginnt die Jagd. Ich werde keine Sekunde mehr ruhen. Bis Elementaras Mörder nicht bezahlt. Ein Tropfen Blut. Für jede Lüge.